Oh, was geht ab, Leute? Ich bin der Justin Jerome Biber. Hab mich schick gemacht. Und hier ist meine Ische. Das Chantal! Das Chantal mit Harthelm. Ja! Das ist das Chantal. Warte mal, ich hoffe... Ich weiß gar nicht, warum ich den Halm habe. Mein Vater sagt immer, da ist sowieso nichts drin, was man beschützen sollte. Das stimmt wohl. Du, Chantal, ich hoffe, meine Swag-Kette vergessen. Hab ich jetzt mal angezogen. Swag, du bist so swaggy-Boys hier. Swaggy-Boys, Swag. So, was ist das? Spiel mit der Runde Call of Duty oder was? Ja gut, Call of Duty! Call of Duty! Und FIFA! Und dann gehen wir zu One Direction heute Abend. Ja, nein, nein. Das ist selbst für uns, glaube ich, zu heftig. Lieber zu, wie heißt die andere? Die mit der Zunge! Miley Cyrus! Die hier, zu der gehen wir. Die leckt dann wieder rum und twerkt irgendwie an anderen Leuten rum. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ich finde, wenn man sie dabei nicht sehen muss, dann geht das sogar. Ja, sie kann singen. Miley Cyrus kann gar nicht mal so schlecht singen. Aber dann macht sie dann dieses Zungen-Scheißer und dann dieses twerk. Und dann hat die alles kaputt mit. Das sieht dann aus wie so ein Hühnchen und dann rein. Das sieht ja lustig aus. Die Inseln! Ähhh, Ausdauer-Dojo. Machen wir das mal weiter, bevor ich hier krepiere. Ich kann leider nicht vorstellen, weil ich das nicht stehe und weil ich drin gehen muss. Deine Ninja-Ausbildung beginnt. Hier steht er. Ja. Ja. Wir werden jetzt fünf Sekunden im Level sein und dann sowieso nochmal umziehen. Du kennst das doch. Die Chantal. Ne, ne, dat Chantal. Dat Chantal. Die hat hier keinen Artikel wie die hier. Das ist ja dat. Ne, dat ist ja nur dat. Ist dat ein unbestimmter Artikel? Bestimmt. Das Chantal. Oh, aussteigen. Was machst du mir hier dat auf, oder wat? Hä, bist du behindert? Bist du behindert, Mädchen? Oh ja, hier gehst du wieder noch. Nein, ich glaub jetzt Justin Bieber Jerome. Ich mach auch das Chantal. Justin Jerome Bieber, so. Oha, da oben ist wieder was. Wie kommen wir da rauf? Wie kommen wir da rauf? Ich glaub, kann man die Kärtchen da ziehen? Kann man, warte mal. Wir kommen, ich bin Grossmeister Sensei. Ich muss an deinen Fähigkeiten als Krieger arbeiten, damit du den schrecklichen Oni besiegen kannst. Oni Pepper, oder was? Ja. Oni Pepper sind die beste Leute. Oh, du glaubst, du hast das gehört? Ja, bla 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 bla. Oh, ich liebe Oni Pepper! Wegen denen hab ich angefangen zu Let's playen. Was ist Oni Pepper? Uah. Das ist übrigens ne Blitzwolke, ne? Ja, mo merkste. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Saison Goku Blitzwolke. Shindujun! Jetzt wird er die Glückskärtchen haben. Oh yeah. Wäre bestimmt vorher auch gegangen bei den Teilen, wette ich mit dir, dass wir noch vergessen haben. Ja! Neues Objekt. Schau, guck mal, das sind die Beatles. Ach nee, das ist wirklich ein Samurai. Das ist nicht einfach. Vor allem die wackeln noch, die Fächer. Oh nein. Weißt du? Oh moin. Das ist echt nicht leicht. Vor allem, weil die Sprungphysik hier jetzt nicht so saftig ist wie bei Super Mario World. Nee, gar nicht. Du bist ja total der träge Sack, Junge. Sackträger. Turnballträger. Oh Gott. An das Item da oben sind wir nicht mal reingekommen, ne? Ich glaube nicht, da muss man irgendwie von der Röhre da runterrollen. Warte mal, es sei denn, ich gebe dir irgendwie Schwung. Oh. Äh, äh. Nein, nicht. Das geht nicht. Warte mal, außer ich dreh dich nach oben. Scheiße, ich halte mich gerade an dir fest. Warte mal, ich gebe dir aber Schwung. Warte, 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 warte. Das macht doch gar keinen Sinn. Na, ich will oben drauf. Ich versuch's auch gerade. Noch einmal. Nee, das macht keinen Sinn. Ja! Warte, warte, jetzt. Jetzt, wenn ich spring. Yes! Das ist jetzt so gut. Neues Objekt, Panda-Statue. Okay, ich hätte keine Panda-Maske wieder. Oh, oh. Einfach laufen. Das ist geil. Tut mir leid. Mein Fischino ist leider nicht so einfach ausgeprägt. Oh, Fischino ist jetzt der Rattler. Fischino? Ich habe gedacht, der hat irgendwas wegen Integration bekommen. Wow. Oh. Ready, komm, nochmal dasselbe. Warte. So geht das. Hey, warte. Chantal. Chantal, ich gebe dich mal Mühe hier. Chantal ist so kacke hier. Bist du behindert, Mädchen? Hilfe, 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 Hilfe. Chantal, kriegst du das nicht hin? Bist du behindert, Alter? Nein, Hilfe. Hilfe. Ich bin gerade an dir. Ja, ich merke das. Nein, du nicht. Du bist voll die Bitch, Alter. Boah. Kennst du das? Sag du what. Sag du what. Okay, so klappt das nicht. Warte mal, warte mal. Die Strategie letztes Mal war jetzt... Spring drauf, spring drauf. Äh, äh, spring. Nein, nicht da jetzt. Nein, warte noch. Ja. Warte. Gott, Chantal ist wieder zu blöd, um ab Kno zu jägen. Jetzt, jetzt, jetzt. Warte, warte, warte. Jetzt dreh ich das. Ich dreh das. Jetzt, spring oben drauf. Nein. Kann ich nicht, kann ich. Ich kann nicht, kann ich nicht, kann ich. Neeein. Versuch's mal andersrum. Das, Chantal, kriegst das nicht hin. Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Nicht weiter, nicht weiter. Was ist das? Hä, wieso ist das jetzt? Das ist mir jetzt egal. Für diesen Schrott da oben brauchen wir das eh nicht. Doch, warte, warte, warte. Oh, warte mal. Schrägst das hin, Chantal. Leck mich am Arsch, ihr. Das kriegen wir hin. Warte, wir machen das anders. Er hat es. Schab dat. Wieso sterb ich? Ich weiß es nicht, Chantal. Das ist das Sushi-Ding. Das ist ein Sushi. Das ist ein Sushi. Sushi-Mushi, sag ich nicht. Vielleicht sogar. Ja, tja. Sag ich, bei Tieren sag ich nicht. Sushi-Mushi. Burger-Burger, sag ich nicht. Burger-Burger. Nein. Nein. Gib mir das. Ich hab das. Was machst du da? Du warst schon richtig da oben. Aha. Ich hab's nochmal versucht von der anderen Seite. Da geht's aber nicht nach Gewicht. Die fahren von selbst. Huch. Hoppala. Huch. Ahaha. Ahaha. Der war kräftig. Komm, Betty. Oh, Gott. Oh. Ja. Da trin' ich einfach mal. Ja, fang mir doch mal. Ja. Ich muss sagen, genau. Oh. Alter, 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 Alter. Da kann man sich auch nicht festhalten an den Teilen. Oh, Sensei. Gut gemacht. Reißen meine Stange und ich helfe dir alle Griswere. Ja, was war das mit? Komm, Junge, da habe ich geleitet. Ich leite dich zur Defloration. Das sage ich auch immer. Geh, Maddy. Für eine grüßere Herausforderung. Ich leite dich zu deiner Defloration. Oh, er greift meine Stange. Ja, er greift meine Stange. Okay. Das sind hier gerade die Hodenbäuste hinein. Die stinken. Ja. Das ist satt, Sas. Warte mal, links müsste ein Schlüssel sein. Hier ist aber auch ein Geheimnis, wette ich mit dir. Nein. Oh, da rutscht man so blöde. Der rutscht man so blöde. Ich glaube, links ist normal. Ja, da geht es runter. Ja, ja, ja. Das ist immer so gemein hier. Och, Kacke. Du kannst ja auch wirklich ganz wenig Anlauf nehmen. Und wenn du zu weit springst, dann fällst du runter. Warte noch, warte, warte. Hast du alle? Nee. Das ist nur mehr. Prüfung. Prüfung. Das ist wie beim Schaolin-Mönch, wenn die da auf so Balken balancieren müssen und dann alles wegtreten. Kennst du das? Ja. Oh, Menni, hier müssen wir uns absprechen, wer wohin geht. Was? Da unten sind auch nochmal Teile, siehst du die? Oh Gott. Oh, oh, oh. Und jetzt? Jetzt haben wir irgendwas kaputt gemacht. No, wie geil. Oh. Menni, wir haben rechts irgendwas gemacht. Komm mal runter. Oh. Komm runter, bitte, 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 sonst sterbe ich. Oh, oh, oh. Wir haben hier nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Was sollen wir denn hier gemacht haben? Ja, irgendwas haben wir da rechts abgelöst. Irgendeine Schnur ist da weggegangen. Hast du nicht gesehen? Ja, doch. Aber wir kommen da nicht mehr hin. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Mann, schade. Kickt ihr mich zurück, die Sau. Können wir nochmal dem Alten an die Stange fassen. Ich glaube, das ist eine Frau, oder? Ja, weißt du nicht. Ab an die Stange. Ab an die Stange. Nicht wackeln, Metti, hör auf. Das tötet uns. Das tötet Menschen. Ach was. Das tötet Menschen. Das ist das unnustigste Video. Das ist das. Dieser Video. Hey. Ich fand es gar nicht so schlecht. Warte mal, daneben ist nochmal. Du musst da Wurstsoldaten aufstellen. Wurst hin. Die haben wir noch nicht. Sicher? Ja. Woher weißt du der? Ich weiß das halt. Das denkst du dir nur aus. Natürlich haben wir keine Wurstsoldaten. Woher willst du wissen, dass das Wurstsoldaten sind? Ich hab mir das Wort Wurstsoldaten gerade eben ausgehört. Gecko. Na, Metti, das ist zu groß. Ich glaub nicht, dass das passt. Wo sind dann Schalter? Ich find die gerade nicht. Bin ich bescheuert? Ja, wenn da keine Schalter sind, dann haben wir die eben noch nicht. Ist das richtig? Kartoffelkopf. Ist das eine Stange? Oder was ist das? Oh nein. Ich bin so blöd. Die sind so blöd. Okay, erstmal muss das aufhören zu wackeln. Dann... Wurdu du! Wollte ich gerade noch schlagen. Das Siebfung des Ehrgeizes oder des Nichtzweifels, wenn wir auch noch da hinten gucken. Hm, da oben ist bestimmt irgendwo noch ein Zweierteil. Ein Siebari. Oh, die sind aber die schön separat. Was ist hier denn los? Ach! Du ahnst es. Natürlich ist er Zweier. Erstes fehlt er nicht so gut, aber dann geht es so richtig zur Sache. Ich hab eben auch gedacht, warum geht es auf einmal so flott. Dann schieß er dich weg. Weg gefletscht. Oh, oh. Ach so, und jetzt? Wow! Ey. So. Alter Schweden. So. Kranplätze müssen verdichtet sein. Okay, was mache ich? Die Hamsterrad oder was? Ja. Oh nein. Oh, guck mal nicht so schnell. Ach so, das mache ich damit. Warte mal. Nimm die Eier mit. Nimm die Eier mit. Zuck ja, oi. Und ja. Quick stop. Quick stop. Und das war es jetzt, oder wie? Jetzt muss ich kommen wieder rückwärts. Ja. Eins, zwei, drei, sofa. Oh, so, super. So, wunderschön. Die Musik ist irgendwie so beruhigend. Besser auch nicht. Ne. Fass. Oh, falsches Seinbring. Oh, und down. Oh, da geht er down, da geht er down. Oh. Oh, jetzt gibt es schon wieder ein Racer. Ich bin nicht Racer. Oh nein. Sennsteine. Das ist Sirenbeer. Oh. Hier behindert man sich auch gegenseitig schön. Zwar Kampfsport gemacht, aber das ist mir damals nicht. Ne, ich auch nicht. Warum ist schon das Ziel übrigens? Ja. Ja, das ist doch... Ich weiß noch nicht, ob du jetzt feststehst oder ob du noch irgendwie in der Schwebe bist. Ja, hat er. Ja, was ihr schafft. Wie gesagt, das ist überhaupt unhaftig. Ich schau jetzt wirklich, wie schon ein Sack wiegt. Ja. Ja. Da oben schwingt noch was. Hier, Benni. Ah! Oh, ah! Ah, es geht mit mir. Ah, warte, warte. Tschüss, Benni. Spring. Ah, es geht mit mir. Das macht man doch nicht. Ah, ah! Nein. Ah, ah, ah! Sorry. Vorsicht, du dir jetzt auf den Traschen zacken. Das Ding ist voll träge. Hm, hm. Nein. Ich will dir nie einfallen. Ihr routniert mich. Okay. Oh, da oben ist ne Blume. Die machen hier extrem viel auf Geschicklichkeit. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt bei der Sprungphysik. Dir so, oder? Boah, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ne Herausforderung, die ich keine annehmen möchte. Aber irgendwie... Vor allem ist es hier wieder das Momentum. Wenn du stehen bleibst, dann fliehst du den Schwung. Leute, Leute, Leute. Rekt. Oh, wenn du könnt. Guck mal, rechts geht's noch weiter. Ich geb? Rechts, 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 rechts. Ja, ich bin noch für ein Kleblatt, aber das hab ich nicht. Oder was ist das denn? Geh mal rechts. Fertig, geh doch mal rechts. Oh, bist du Spielverderung. Einmal rein, wie ich beschämt. Zweimal rein. Schäm ich mich? Dreimal? Oh. Mein Geh, have a bad chance. Oh, du kannst ja nicht schlecht. Okay, jetzt hab ich... Man versteht dich wieder gar nicht, leider. Das ist schwierig. Ja? Man versteht dich gar nicht. Wir haben immer noch keinen Schalter. Ich nehme auf gerade. Was ist das für dich? Letztes Gefühl haben wir können ja nicht weggekriegen. Oh, die Fils hätte meine Flamme an den Katzen aus den Katzen schon zu hoch, den mein Spaß erhoffert hat. Allein wenn ich schon die Flamme an den Katzen hatte. Ja. Es gibt nichts Schöneres. Na, wir brauchen irgendwie so ein Kornig oder sowas. Kornig. Ja, wir haben es hier geschafft. Du wirst mich wieder hauen, geh weg. Miststück. Sommer. Du wolltest mich schlagen. Ja, natürlich. Mach mal drauf. 47 Objekte hat man. Krass. Nein, ich bin nicht beobachtet. Hey. Toll. Die Punktetafel zutackern. Was ist morgen? Oh, ich geleide den Heißgott. Du mir allein. Das hat alles zugetackert. So. Oh, ich bin auch hier gelandet. Ach, Melli, ich würde sagen, wir machen mal Schluss für die Folge. So? Ich höre dich eh nicht, von daher. Ja. Ist doch egal, was du jetzt sagst. Ist gemein. Du bist ganz schlecht verständlich. Vielleicht machen wir das irgendwann nicht mal Team-Speak oder so. Ja, ich glaube, dass wir ein bisschen. Na gut, Leute, bis nächstes Mal bei Metti mit LittleBigPlanet. Tschüss.